Wer kommt da angerannt? Nach Fiesen. Nach Fiesen, wann hast du eigentlich Level abgeplant? Ach, Mom. Bist du ein TM? Bist auch einfach so wie ich vorher, oder? Einfach ganz normal grinden und dann die XP davon mitnehmen. Habe ich ja auch gemacht, bloß kurz von 99 Prozent so. Monastery ist doch klar. Aber jetzt mal Realtalk, ne? 0,1 Prozent. Wie lange bräuchte man dafür, wenn man das bei Monastery macht? Mit Level 65? Weiß das vielleicht irgendeiner von den High-Level-Leuten? Kommt auf sein A&G an mit Waffen. Ja gut, okay, stimmt. Na, ich vergesse, was hat er? Die Waffen auch. Okay, sagen wir, es würde alles gut laufen mit Waffen und Baits. Und hast du das nicht gesehen? Wenn du durchgehend Waffe hast, dann 0,6 Prozent die Stunde. 0,6 Prozent die Stunde? What? So viel? Wirklich? Krass. Also wenn du halt durchgehend A&G hast. Okay. Ja, ja, genau. 635, ja, ja, alles halt. Das ist ja richtig heftig. Okay. Na, Hebrew spricht ja auch. Decay, aber Awakening. Okay, die letzten 0,01 Prozent, by the way, guys and girls. Aber 0,6 Prozent, das ist ja heftig. Das ist ja übel nice. Aber vorausgesetzt halt, ne? Du darfst nicht ständig Duell-Verspot und so und hast halt auch Lack dann mit den Drops so. Ja. Spürt ihr es schon? Das Level 66? Kennt ihr das GIF von Feel That? That's Friday? Kennt ihr das? Das denke ich mir gerade, kurz bevor ich Level 66 bin. Durch geht Waffe, passiert was? Ja, natürlich nicht. Also sagen wir mal so, so 0,4 Prozent ist schon nochbar, oder? Damit es davon ausgeht, dass du nicht die ganze Zeit Waffen... Fuck. Nein, die ganze Zeit Waffen hast und so. 0,4 Prozent oder 0,3 bis 4 Prozent, denke ich, sind schon realistisch, die Stunde. Ja, 0,3. Ja. War ja hier im Gegensatz zu... Was denn? Das ist der Level, meinst du? Ah ja, und Tent Burf, okay. Gut, den habe ich jetzt nicht mit eingerechnet. Ich habe manchmal eine Stunde oder mehr ohne Waffe. Ohne Waffe habe ich nur bei Nagas das Pech, ne? Bei Diten zum Beispiel droppe ich ja die... die Nase lang droppe ich ja da Waffen. Ah, dass du Elfer spottest schon hart Zeitfressen und so. Schnappt euch die Milchgläser. Wir müssen anstoßen gleich. Oh Gott, das sieht so cool aus, ne? Da oben. Das sieht so cool aus. Fiesten, möchtest du da meinen letzten 0,001 Prozent machen? Möchtest du den Hitten, den letzten? Warte, lass ich mir den Joghurt holen. Ja, willst du machen? Okay, warte. Dann lass mal Gruppe machen. Warte, ich mache Gruppe. Na gut, du kannst auch die letzten 0,002 machen. Ich kann das, glaube ich, nicht so... Du hast doch keine Glocken schweißt. Easy, ich lese mich jetzt am 66. Schaffen wir das mit einem Baum? Ich weiß es gar nicht. Das sind jetzt nämlich direkt mal 40 Prozent weniger. Oh, oh, jetzt. Die letzten. Die letzten 0,001 Prozent. Go, Fiesten! Warte, schickuneidiges reinjubeln. Gleich geht's ab. Eins, zwei... Das? Du musst weitermachen. Ich hab glatte 100% vorbei. Game durchgespielt. Hier, bitteschön. 33, du hast recht gehabt, Jibril. Jibril, du hast recht gehabt. Du hast recht gehabt mit den 33. Okay, 33 MP, 8 MP und 3 Tranklern. Liebe geht raus, Füßen. Für den letzten Prozent. Liebe geht raus. 67, wenn, lass uns in vier Jahren nochmal drüber sprechen. Warte, ich komm mit. Ich komm mit. Aber mein Pferd steht da oben. Aber ist egal. Wir haben's geschafft. Road to the level 67 begins. Genau. Warte, das ist hier die Gilde gewesen, die gesagt haben, zwei Minuten. Da, da unten sind sie. Wo bringst du mich hin? Ich werde entfüllt. Was passiert? Was machen wir jetzt so? Ja, das ist uns nicht hier. Ich muss mich was anderes anziehen, ne? Oh mein Gott, du bist direkt nichts gegangen. Ich krieg's jetzt so nix. Ey! Was ist denn jetzt los? Warum geht denn der auf mich? Warum geht der denn jetzt auf mich? Ich hab doch gar nichts gemacht. Schau mal deine Bass, Brudi. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich steh doch hier nur. Mit der F. Füßen. Das hat mir weh getan. So ne Plep-Gilde, ey. Oder willst du? Ich weiß gar nicht, warum er mich umgehauen hat. Ja. 66. Feel that. Let's glass cannon. Quatsch. Scheiß drauf. Ich werde grad wirklich entfüllt. Wo gehen wir denn hin? Was? Nach Grana? Oder wo geht's hin? Sieht witzig aus hier mit unseren Eins. Gut wäre jetzt, wenn ich Rang 2 wäre im Dings. RBF oder Money. Das wäre noch geiler. Ah, wie cool, man. Level 66. Easy clap, man. Okay, warte. Da muss ich ja mal direkt mal was ändern. Moment. 66. So. Easy angepasst. Übernommen, oder? Biografie aktualisiert. Was ist denn dieser Kollege Schnischuhe, der gesagt hat, der ist 20%. Ah ja, ah ja, ah ja. Das ist der, der meinte, ich mach 0,1% in zwei Minuten mit 65. Ah ja. Ah ja. Ne, war gar nicht so lange. Tatsächlich. Level Up war im Dezember, im Dezember habe ich Level Up gemacht und mein letztes Pot Piece habe ich am 1. April gedroppt. Habt's gesehen, wie gut sie grinden kann. Das sollte schon genervt werden. Spinner, ey. Dezember. Ja, im Dezember hatte ich Level Up. Ja, doch, fast doch. Sechs Monate. Und das ohne, dass wir Miro gegangen sind. Also Sukraya, Hadoum, Hystria Grind. Tatsächlich nicht. Und in Füßen, du mich eigentlich gerade? Ich meine, ich beschwere mich nicht, aber ich weiß gern, wo es hingeht. So, bevor jemand sagt, Tita ist gelogen. Sechsundsechzig. Ich bin's da. Zack. Kann mich keiner mehr nehmen, sechsundsechzig. Ah ja, okay. Oh, cool. Füßen zeigt uns jetzt die BDO-Welt. Hat jedes Dummle-Wiland eine Mähne? Eigentlich nicht, oder? Oder ist mir das noch nie aufgefallen? Snoopy Houdini. Nice. roof. C successfully mood. Ich bush mitmachen. cud Fzub. Vielen Dank.